Hallo zusammen! Würdet ihr euch von Elon Musk einen Chip ins Gehirn implantieren lassen? Genau das ist jetzt möglich. Die von Elon Musk gegründete Firma Neuralink, die startet gerade die erste klinische Studie mit einem Versuch am Menschen. Das erfordert unsere Aufmerksamkeit. Vorher wie immer noch der Hinweis auf den Sponsor, der dieses Video möglich macht. Tesla-Welt wird euch von Shop4Tesla präsentiert. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör für euren Tesla. Alles, was das Herz begehrt. Und das Beste daran ist, ihr könnt damit auch diesen Kanal fördern und bekommt noch 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Mein Name ist David und eigentlich reden wir hier hauptsächlich über Tesla-News. Allerdings gibt es manchmal auch Anlass, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Vor allem, wenn es sich um die anderen Firmen von Elon Musk handelt. Einen davon ist die Firma Neuralink. Die arbeitet an einer Schnittstelle zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern. Denn heute ist die Situation eigentlich so, dass wir, wenn wir mit Computern sprechen wollen, immer unsere Finger benutzen über die Tastatureingabe. Das geht aber nicht schnell genug. Und deswegen hat sich Elon Musk mit Neuralink zum Ziel gesetzt, diese Kommunikation massiv zu erhöhen und zu skalieren. Das ist aber kein Selbstzweck, sondern es geht darum, uns in Zukunft möglichst symbiotisch mit den Maschinen zu vernetzen. Denn Elon weiß genau, dass eines Tages die künstliche Intelligenz unsere Intelligenz weit überflügeln könnte. Und um da nicht den Anschluss zu verlieren, denkt er, ist eine symbiotische Beziehung mit den Maschinen die beste. Ganz nach dem Motto, if you can't beat them, join them. Das klingt vielleicht alles etwas verrückt und noch nicht so ganz greifbar für uns heute. Allerdings hat Neuralink auf dem Weg dahin ganz andere Ziele. Denn indem sie ein Implantat fürs Gehirn erfinden, mit dem man mit seinen Gedanken quasi dann Maschinen steuern kann, lassen sich auch Krankheiten und Behinderungen wie Erblinden oder eben eine Querschnittslähmung überbrücken. Erste sehr beeindruckende Versuche gab es mit Affen zum Beispiel. Hier hat Neuralink es bereits geschafft, dass ein Affe mit einem Hirnimplantat einen Computer steuern konnte. Der konnte das Klassiker-Computerspiel Pong dann spielen. Und natürlich muss irgendwann der Schritt auf menschliche Tests erfolgen. Genau das ist der Fall. Es gab einen neuen Blog-Eintrag auf der Seite von Neuralink. Hier schreiben sie, die erste klinische Studie von Neuralink am Menschen ist zur Bewerbung von Probanden freigegeben. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass wir die Genehmigung des überprüfenden unabhängigen institutionellen Prüfungsgremiums und unseres ersten Krankenhausstandortes erhalten haben, um mit der Rekrutierung für unsere erste klinische Studie am Menschen zu beginnen. Die PRIME-Studie, das steht kurz für Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface, wird eine bahnbrechende Studie für unser vollständig implantierbares, drahtloses Brain-Computer Interface, das BCI. Die Studie zieht darauf ab, die Sicherheit unseres Implantats N1 und des chirurgischen Roboters R1 zu bewerten, der das Ganze implantiert, und die anfängliche Funktionalität unseres BCIs zu beurteilen. Es geht darum, dass Menschen mit Lähmungen externe Geräte mit ihren Gedanken steuern können. Dann beschreiben Sie ein bisschen genauer, was da passieren wird. Während der Studie wird der R1-Roboter verwendet, um die ultrafeinen und flexiblen Fäden des N1-Implantats in einer Hirnregion zu platzieren, die die Bewegungsabsicht steuert. Dieses erste Implantat von Neuralink, das hat 64 sogenannte Threads. Das sind diese kleinen Fäden, die ins Gehirn implantiert werden. Die sind dünner als ein menschliches Haar, und auf diesen 64 Threads sind dann 1024 Elektroden verteilt. Die nehmen die Signale aus dem Gehirn auf, wenn man an bestimmte Bewegungen denkt, und senden die drahtlos an eine App, die diese dann auswertet. Aber lesen wir mal weiter. Sobald das N1-Implantat eingesetzt ist, ist es kosmetisch unsichtbar und soll Gehirnsignale aufzeichnen und drahtlos an eine App übertragen, die die Bewegungsabsicht entschlüsselt. Das ursprüngliche Ziel unseres Brain-Computer-Interfaces ist es, Menschen die Möglichkeit zu geben, einen Computercursor oder eine Tastatur allein durch ihre Gedanken zu steuern. Das ist also der erste Schritt. An wen richtet sich die Studie oder wer wird gesucht? Zitat, Menschen mit Tetraplegie aufgrund von Rückenmarksverletzungen und Amyotrophalateralsklerose kommen möglicherweise in Frage. Ja, Tetraplegie, das ist eine Form der Querschnittslähmung, bei der alle vier Gliedmaßen betroffen sind. Ja, und dann kommt hier die Aufforderung, sich ins Patientenregister einzutragen, wenn man der Meinung ist, dass man für diese Studie in Frage kommt. Ich habe vor einiger Zeit bereits ein Video zu einem Neuralink-Event gemacht. Das verlinke ich euch hier gerade nochmal. Dort wurden die damaligen Ergebnisse vorgestellt für alle die, die hier tiefer einsteigen möchten. Ja, wie lange geht diese Studie überhaupt? Die Studie wird etwa sechs Jahre in Anspruch nehmen. Zitat, während dieser Studie werden Sie regelmäßige Nachuntersuchungen mit unserem Experten-Team durchführen, um Fortschritte zu überwachen und sicherzustellen, dass das Neuralink-BCI weiterhin wie vorgesehen funktioniert. Die Premierstudie umfasst dabei etwa 18 Monate. Und dann folgt eine Phase von fünf Jahren zur Nachbeobachtung mit insgesamt 20 Untersuchungen. Ja, wer kommt genau für diese Studie in Frage? Es geht um Leute mit Querschnittslähmung, bei denen alle vier Gliedmaßen, also Arme und Beine, betroffen sind. Man muss über 22 Jahre alt sein. Wenn es durch einen Unfall passiert ist, muss der Unfall über ein Jahr her sein. Und es gibt noch ein paar weitere Einschränkungen. Zum Beispiel darf man keinen Herzschrittmacher haben. Man darf keine Epilepsie haben. Und man darf für seine Nachbehandlung auch keine MRTs machen müssen. Bewerben kann man sich auf der Webseite. Mal ganz im Ernst, würdet ihr das in Erwägung ziehen? Es klingt ja erst mal sehr, sehr spooky. Auf der anderen Seite würde ich mir vermutlich sagen, dass es vielleicht die einzige Chance ist, hier eine Verbesserung meiner Situation zu erhalten und gleichzeitig an einer weltbewegenden neuen Forschung teilzunehmen. Was denkt ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Eine höchst spannende Entwicklung bei Neuralink. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es damit weitergeht. So, ganz zum Schluss reden wir doch noch ein bisschen über Tesla. Es sind nicht mehr viele Tage, bis das Quartal endet. Heute zum Zeitpunkt der Aufnahme noch genau zehn Tage. Und damit endet auch das Angebot von Elon Musk oder von Tesla besser gesagt, an Bestandskunden und frühe FSD-Käufer hier ein Hardware-Upgrade durchzuführen, indem sie ein neues Auto kaufen. Denn von Teslas Software-Paket FSD profitiert man hierzulande zum Beispiel noch eigentlich überhaupt nicht. Man hat sich damit vielmehr ein Versprechen auf die Zukunft gekauft, dass Tesla eines Tages das autonome Fahren lösen wird und man dann das FSD-Paket eben noch für einen relativ günstigen Preis kaufen konnte. Jetzt hängt das Ganze aber an der Hardware, also am Auto. Und manche frühe Käufer, die haben inzwischen Autos, die ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Daher gab es das Angebot, hier einmalig wechseln zu können. Das heißt, wenn man sich ein neues Fahrzeug kauft, dann kann man diese FSD-Software einmal mitnehmen. Viel Zeit ist nicht mehr. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr sowas in Erwägung zieht. Und vielleicht noch eine zweite Erinnerung. Im Moment gibt es beim Model Y noch die 1,97% Zinssatz auf eine Finanzierung bei Tesla, wenn man sich für die Long-Range-Variante entscheidet. Das ist höchst attraktiv, denn der normale Zinssatz, der liegt bei 6,29% glaube ich bei Tesla. Und das ist im Prinzip eine Subvention, die Tesla hier für das Model Y in der Long-Range-Variante anbietet. Läuft vermutlich auch zum Ende des Quartals erstmal aus. Das ist vielleicht auch noch ein Grund, hier zuzuschlagen. Ja, und wenn wir schon bei den Erinnerungen sind, am Samstag findet das Treffen in Hamm der elektrischen Community statt. Für kurzfristig Entschlossene, es gibt noch Tickets, ihr könnt euch noch anmelden. Unten gibt es den Link in der Beschreibung. Ich würde mich sehr freuen, euch dort zu sehen. Ich habe die große Ehre, mit dem Nino vom Stromboog-Kanal durch das Programm führen zu dürfen. Und es gibt ein wirklich tolles Programm. In diesem Sinne sehen wir uns vielleicht am Samstag. Würde mich freuen. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Abonniert den Kanal und lasst mir doch bitte auch ein Like da. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla rein. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte. Und ihr tragt mit eurem Kauf auch dazu bei, dass ich weiter diese Videos machen kann. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.